Jungs, das ist voll behindert, dass sie nach dem Spawn dann nochmal laufen können. Hallo. Hallo Guys. So, jetzt hab ich uns in der Straße. Ich weiß, es ist verspätet, aber... Unsposs short. Ja, nice. Ja, sorry. Ja, nee, warum machst du das nicht früher? Check ich nicht. Ja, was macht ne Orangene? Ja, okay, gut, ja. Dann hat sich das auch geklärt. Der ist 40. Und jetzt 0. Aus. Underpass. Was? Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was ist hier? Die haben irgendwie uns versteckt. Dann wegen es irgendwie Verständnis oder so. Aber die spielen hier wie, weiß ich nicht, wie Idioten, Alter. So, ohne Spielverständnis. Alter, ich kill 4 Leute, Dude. You can only just kill one or what the fuck. So, ein Dreckswallhacker. Alles okay. So, ein Dreckswallhacker. So, ein Dreckswallhacker. So, so ein Dreckswallhacker. Und hat nur mich abgeaimt durch das Fenster. Flashback! Brennt es doch einfach! Alter, das kann doch nicht so schwer sein! Okay, ich habe durch die Kiste bekommen. Exakt durch die Kiste. Schade. Hier ist es. Und da. Push hin, push hin Dennis. Da ist keiner mehr. B, B, B. Drekken. Kann du fucking go help him, B? Green, you are just reported. Alles klar, alles klar. Ich bin auf B90. Ich bin auf B90. Lass sie nicht planten. Okay. Ganz verletzt. Okay, chill, 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 chill. Chill, chill. Ich verstecke mich. Die schaffen es nicht. Ich bin auf B90. Aber, jetzt kommt mir links drauf. Gern Zeit. Jammer. Die haben die Eko. Die haben die echt zum Eko gefüben. Weißt du, wo dann die Polizei in Deutschland und Polen erkennt, dass in Polen einer besoffen fährt und in Deutschland einer besoffen fährt? Warum? In Deutschland fahren die Schlangenlinie und in Polen fahren die geradeaus.